Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achimund. Das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 20. Februar. Heute dabei iOS, macOS, Hyperloop, Xbox One S, Xbox One X, Nike und Snapchat. Beginnen tun wir mit einer wichtigen Nachricht für alle Apple-Nutzer unter euch. Denn es gibt Updates für iOS und macOS. Und diese Updates beheben den Fehler, der letzte Woche aufgetaucht ist, wo zwei Unicode-Zeichen entdeckt wurden, die praktisch jedes iOS- und macOS-Gerät zum Crashen bringen. Also, das ist jetzt behoben und wenn ihr Apple-Nutzer seid, dann updatet eure Geräte. Ich werde das gleich auch machen, aber jetzt erstmal zur nächsten Nachricht. Und da geht es um Hyperloop. Elon Musk hatte nicht nur Tesla und SpaceX, sondern auch noch die Boring Company bzw. den Hyperloop. Das ist eine Röhre, die in der Erde verläuft, wo man ganz schnell von A nach B kommt. Als das begann, gab es ganz viel Informationen praktisch über die Strecke L.E. San Francisco. Aber Elon Musk wollte auch die Strecke New York City nach Washington D.C. bedienen und hatte bereits im letzten Jahr eine mündliche Zusage bekommen, dass das wohl machbar sei. Und nun hat die Boring Company mittlerweile auch einen offiziellen Permit bekommen. Und ja, das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt morgen direkt anfangen zu bauen. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt weiter für die Strecke. Und sie wird halt New York mit Washington verbinden. Und dazwischen ist noch Philadelphia und Baltimore. Auf jeden Fall generell ein sehr spannendes Thema. Und ja, ich glaube, da war mal angesagt, dass man das dann in 29 Minuten macht, die Strecke. Und derzeit braucht man da, glaube ich, drei Stunden für. Ich bin die sogar schon mal mit einem Zug gefahren. Okay, wir halten weiterhin Auge da drauf. Nächstes Thema, Xbox für die Spieler. Denn auch hier, es gab einen Tweet, diesmal von Kevin Gammill, wenn ich das richtig ausspreche wieder. Und zwar geht es da um die Unterstützung für 1440p für die Xbox One X und die Xbox One S. Und das hat der Kollege auf Twitter nun mehr oder weniger angekündigt. Es scheint wohl auch in den nächsten Tagen rauszukommen. Und bislang wurde das 4K-Signal der Xbox One X runterskaliert auf 1080p. Und ja, wenn ihr das unbedingt braucht, dann steht demnächst 1440p für euch bereit, wenn ihr eine Xbox One X oder One S habt. Am Wochenende war das All-Star-Spiel der NBA in Los Angeles. Also NBA, die amerikanische Basketball-Liga. Und da hat Nike zusammen mit Snapchat diverse Sachen gemacht. Die haben da also ein Geofans gesetzt um die Arena rum. Es gab Michael Jordan, Linse extra nur, die dort abgerufen werden konnte. Das ist alles ganz nett, aber jetzt nicht der Riesen-Buller. Was aber ganz interessant war, ist, dass Nike bzw. der Jordan-Brand von Nike zusammen mit Darkstore und Shopify und Snapchat den Air Jordan 3 in einer limitierten Auflage direkt über Snapchat verkauft hat. Man konnte, wenn man auf der Afterparty von Jordan bzw. Jumpman war, einen Snapcode scannen und konnte dann direkt ins Snapchat den Schuh kaufen. Und er wurde am gleichen Tag bis 10.30 Uhr abends geliefert. Innerhalb von 23 Minuten, witziger Zufall, weil die Nummer von Michael Jordan ist die 23, waren alle Schuhe ausverkauft und wurden auch pünktlich geliefert. Darkstore ist generell ein ganz interessanter Dienst bzw. ganz interessantes Startup, denn die möchten ein Shop sein, ohne ein Shop zu sein eigentlich. Also ein unsichtbarer Shop ohne Ladenlokal und dass man bei denen einfach kaufen kann an unterschiedlichen Orten, wie z.B. eben auf Snapchat. Und wenn wir schon beim Thema Snapchat sind, das Update von Snapchat kam ja nicht besonders gut an. Es gibt Online-Petitionen, die gehen in die Millionen, aber ja, Snapchat hat gesagt, ja, gewöhnt euch dran, es wird so bleiben. Allerdings, es gibt eine neue Beta und die zeigt zumindest eine Änderung für die Stories, die ja mit den normalen Chats vermischt wurden. Und das hat ja ganz viele Leute gestört, weil man die Stories kaum noch entdeckt, wenn man auch ganz viele Kontakte und Chats hat. Denn dort wird es nun so eine Art Tab geben und zwar alle, das ist praktisch die Anzeige, die wir auch jetzt haben, wo alles durcheinander gemischt ist. Und dann noch Gruppenchats und dann entsprechend auch Stories. Die werden zwar von einem Algorithmus sortiert, also nicht chronologisch sein, aber zumindest sind dann Stories an einem Ort, was schon mal ein guter Ansatz ist. Zusätzlich wird Snapchat auch noch GIFs präsentieren, dass man GIFs benutzen kann auf seinen Snaps, was in dem Fall mal der umgekehrte Weg ist. Hier kopiert Snap dann Instagram, die das ja erst letztens eingeführt hatten. Und ja, das war's für heute. Überschaubare News-Lage derzeit. Ich vermute, viel wird sich auch in Richtung Mobile World Kongress in Barcelona verschieben. Da werden wir wieder mehr haben und von daher kommt gut in den Tag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk! Hört mehr Geek Talk!